guten tag meine lieben leute ja ich habe ja besserung versprochen und ich hoffe ich kann sein halten ich will ja noch mal weiter fighten und wie gesagt haut einfach eure kommentare rein bzw einfach eure verbesserungsvorschläge wie greift ihr mit den lufttruppen halt an ist es überhaupt noch schaffbar momentan so rathaus 10er mit der kombo überhaupt noch platz zu machen oder sagt er kommt das wird gar nichts mehr den 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 und die beiden luftfeger drin aber der loot ist jetzt auch nicht so episch wenn man überlegt was man da reinsteckt wenn ich überleg knapp 100.000 stärken ja hier schon alleine drin ja dann muss man halt gucken wo man bleibt wenn man jetzt noch die spells alle verballert ist man bei 120.000 bei 220.000 sorry die ich alleine im lx bereich klar machen muss da muss natürlich dann auch ordentlich was an loot gehen sehr cool inaktiv sehr geil kurz überlegen nicht verkackt der geht nach unten egal der andere finde ich gerade nicht also ist er nicht da fertig ist nicht gebaut okay da 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 kommt jetzt ohne witz augen zu und durch wir müssen das hier packen und zwar lava hund und luns eine reihe durch so jetzt ja 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 genau jetzt kommen nämlich jetzt kommen nämlich wieder die scheiß skelette es gibt es nicht alter krasses pferd echt ohne witz guck mal der ist komplett inaktiv inaktiv ja inaktiv und die skelette haben es noch so lange ausgehalten gut dass ich die truppen noch verwendet habe jetzt ohne scheiß also dass ich die die luckys noch mit reingenommen habe gucken wir mal dass wir das hier noch reißen können hier nochmal ein rage und ein haste ich meine schaden kann es nicht wahr so hier kommt queen knall die andere queen ab mädel so alter das ist so krass die waren komplett inaktiv das sieht man mal jetzt ohne witz da sieht man mal wie lange oder ne andersrum wie wenige spieler wirklich mit lufttruppen angreifen sonst wären die natürlich logischerweise schon längst weg weil klar die wären ja wieder aufgeladen gewesen wenn der aktiv gewesen wäre und da sie noch aktiv oder aktiviert waren hat da noch niemand angegriffen so eine kacke ja da sieht man mal wirklich dass es gar nicht so verkehrt war mit den luckys ja klar jetzt spielen mir natürlich meine guten helden in die karten ganz klar das schaffe ich jetzt von der zeit her relativ schnell relativ viel und dann läuft das komm hier machen wir mal kurz die ability zünden hier bämbämm und mal kurz ein prozess hier mit zum town hall das geht auch ganz schnell und dann da noch ein bisschen elix Jo läuft so arbeitet man zusammen ja klar und die queen geht erstmal dahin aber die zeigt es halt jedem mit ihrer fetten reichweite das ist ein gutes ding aber davon müssen mehr hintereinander und wie gesagt die base war nicht schwer die base war inaktiv das ist ganz klar also leute hier muss mehr gehen ich muss richtig die nudel zappeln der hat einfach zu viel loot der ist der hat zu viel loot um den nicht anzugreifen der ist im ausbau der ist nicht im ausbau ist aber auf multi ich muss da ganz schnell rankommen ich greife da sind die luftfeger auf jeden fall am start ich würde sagen ich greife auf jeden fall an so zack wieder hier schön meine queen ins rennen bringen und schnell boah das ist so krass wie der wie der puste halt wirklich abgeht es ist so hart vorteil hier kann ich natürlich dann zweimal den rage verwenden also weil ich halt noch die anderen truppen in den rage mit reinpacken kann ich glaube es nicht alter so knapp alter fuck you echt was ist heute los echt mal was habe ich denn gemacht dass das nicht funktioniert alles ja queen wird hier innen drin auch ordentlich regeln auf jeden fall ja denn ey warum ganz ehrlich wo man wirklich mal in riese töten könnte ja die queen hätte den töten können nein dann wären die ah ey komm leute echt hier musste ich mir jetzt noch mal ganz kurz den loot gönnen dass ich einfach im queen walk einfach mal einmal rumziehe hier und dann nutze ich das halt eben die haue ich hier noch mit kurz die luckys ja 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 komm 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 du sollst nämlich schön den loot außen wegfressen das sollte auch machbar sein hier ja halt da renn jetzt nicht irgendwo anders hin alter ich hau dich sollte aber wirklich passen also warum sollte sie jetzt rein gehen wenn wir hier alles komplett außen haben weil wir sagt dafür war es einfach zu viel was hier so rumlag 150 glaube ich knapp von beidem ungefähr und das ist und das ist du bist so eine sau ich also tut ja ganz ehrlich es tut mir echt leid diese umgangssprache aber das ist echt also heute läuft es nicht heute ist echt nicht lustig schade warum läuft die warum läuft die ja da wo man sich mal wünscht dass sie rein geht da passiert es nicht und dann bei so einer situation hier rennt die dumme kuh rein dann na komm hier dann machen wir noch mal ein bisschen dein dein loot plus vierseit ich wollte halt wirklich den den loot wollte ich halt mitnehmen Weil ich habe natürlich auch irgendwie was vor mit meiner base klar dass ich da noch ein bisschen was ruppe Gucken wir mal hier zack 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 Ja das bisschen legste brauchen wir nicht mehr da wollen wir jetzt die helden ein bisschen schonen nebenbei gehe ich natürlich auch ein bisschen höher bin mittlerweile schon gold 1 also das klappt auch das ist ganz nett Wo hat er den anderen puster den hat er da Hier werde ich definitiv nichts droppen Obwohl ich hier relativ gut an die Luftabwehr komme die kann ja doch da droppe ich was und zwar hier weil der hält das ja aus Jetzt kriegt er natürlich von den cb-truppen ganz schön auf die frösser hier So jetzt hauptsache die luftabwehr geht da und weil alles ja genau luftabwehr ist da und gegangen ist das reicht mir ja schon Das ist okay und jetzt die magier so ja sehr sehr gut gelaufen das passt so dann jetzt von da und von da kommend hier hier Und wenn das jetzt hier nichts wird dann Hau ah ok ok das das da können wir aber gegen arbeiten hier sehen wir wieder die Die sklette auf jeden fall richtig hart So droppen wir hier mal rage da noch Und dann sind die sklette weg richtig ja müssten weg sein müsste passen Noch ein rage hier in die mitte reinen ist das ganze dorf über raged Haste Haste dass die noch in den rage reinkommen noch ein haste Na schade dass die queen wieder einfach so rumspielen konnte mit den loons auf jeden fall nicht gut Nun ich wollte schon sagen jetzt lass mal bitte meine loons in ruhe oder Wurde ja heute schon echt genug gebummst Ja da reicht sogar der eine heiler mal aus das ist doch endlich mal was So und jetzt gehen die loons auf ja juhu alle dev-truppen weg jetzt kann mir halt wirklich nur noch die queen klar die holt mir definitiv noch die loons runter Schöne der lucky richtig nice an meinem Gegnerischen townhall Das ist cool Aber wie gesagt das musste jetzt auch mal echt also ich meine aber wie gesagt das das bringt auch nichts wenn ich jetzt Wenn ich mich halt wirklich ärgere im Spiel sage ich mal und das dann rausschneide weil ihr sollt das einfach ungefiltert mitbekommen ihr sollt sehen Hey hier da hat sich ja guzua geärgert das lief gar nicht so wie er wollte und fertig Weil wie gesagt alles andere ist irgendwo weich gespült ihr wollt halt auch mal sehen guzua im rage mode Ja muss halt sein Und wie gesagt auch wenn die die base war jetzt auch nicht tolle klar wie gesagt muss ich immer wieder sagen aber ich meine man muss halt auch irgendwo mal Arsch zusammenbeißen oder kneifen wie auch immer und einfach mal sagen gut okay scheiß drauf auch wenn es jetzt nicht so einfach ist Ich greife trotzdem noch mal an bis das halt klappt und jetzt habe ich wiederum auch gut loot gemacht das passt Und jetzt habe ich auch einen ganzen guten step gemacht jetzt bin ich schon bei 4,4 millionen und das ist in ordnung Jetzt nehme ich andere truppen also das ist das ist in ordnung das hat geklappt ich Wechsel jetzt jetzt natürlich eine gute frage was man jetzt nehmen könnte Ich würde fast sagen jetzt mal wieder jetzt haben wir schon lange keine dunklen truppen mehr gesehen würde ich sagen Jetzt würde ich wieder genau jetzt würde ich gerne noch mal probieren und zwar Aber ich habe wiederum nur eine dunkle kaserne momentan am start von daher ist es auch scheiße ich würde mal gerne probieren Riesen Magier Ist auch eine teure geschichte Auf jeden fall nie riesen und magier riesen und magier Und dann müssen die natürlich auch irgendwie rein kommen logischerweise das heißt also da nehme ich 15 mauer Kommt 10 müssen reichen 10 müssen reichen Und dann Riesen magier mauer brecher Probieren wir das mal riesen magier damit habe ich mir immer immer die zähne ausgebissen auf jeden fall und als Kleiner bonus Ne nehmen wir nicht wir nehmen keine schweine weil wir nehmen nicht den heils zauber mit Wir nehmen da einen jump mit rein Ja ich würde sagen den jump nehmen wir mit rein und Ach ne lasst ruhig ne zwei jumps nicht ein ein jump muss reichen und der rest rage Zack dann nach dann wieder dass wir das machen können Aus ich würde mal sagen da eventuell noch als 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 bonus Sozusagen wenn irgendwas nicht so läuft würde ich noch die den earthquake mit reinnehmen dass ich halt wirklich sagen kann gut okay kommen wenn ich halt die magie die mauerbrecher total fail gedroppt habe dann damit rein und da muss natürlich auch wieder Richtig richtig ordentlich loot am start sein sonst brauche man damit auch nicht angreifen ganz klare kiste Das war's dazu mehr seht ihr im nächsten video und dann gucken wir hier mal wirklich uns die truppen durch was hier so am besten läuft Haut eure truppen vorschläge rein womit ihr so am besten könnt und dann sehen wir weiter haut mal rein